Jetzt sind wir am Messestand von Voila, ein Smartphone, das absolut sicher sein soll und kein Google benötigt und auch nicht Android-basiert ist. Wie soll das funktionieren? Doch, es ist Android-basiert und es gibt ja zwei Varianten, nämlich einmal das Voila OS, das basiert auf Android, ist von Google befreit. Und wir haben eine zweite Variante, Ubuntu Touch, das ist ein mobiles Linux-Betriebssystem. Okay. Was ist jetzt das Besondere gegenüber einem normalen Smartphone, sage ich mal? Das sind im Wesentlichen zwei Dinge. Also einmal die sehr komfortable, intelligente Bedienung. Die sieht ein bisschen anders aus, wenn man da startet. Sie sehen das Sprungbrett, ziemlich minimalistisch. Der Gedanke ist, ich gebe als Anwender irgendetwas ein, das Gerät antizipiert, was ich tun will und bietet mir schon entsprechende Vorschläge an. Ich kann von hier aus eine Nachricht senden, im Internet suchen, jemanden anrufen, alles Alltägliche darüber erledigen. Ich habe natürlich auch die klassische Sicht mit Apps. Also, Einfachheit, Intelligenz. Das zweite ist Sicherheit. Dadurch, dass ich selbst entscheide, ob und mit welcher Cloud ich verbunden sein will, bin ich hier völlig sicher. Hier werden keine Daten weitergegeben, die ich nicht autorisiert habe. Also, ich bin nicht wie bei jedem anderen Smartphone. Wenn ich das das erste Mal starte, werde ich nicht direkt aufgefordert, melden Sie sich hier an, melden Sie sich dort an, geben Sie hier diese Daten an, geben Sie dort diese Daten an. Das brauche ich hier nicht. Genau, wenn ein Kunde unser Gerät hat, wir wissen nicht mehr, was dieser Kunde damit macht. Okay. Ja, das ist doch gerade in der heutigen Zeit, wo Sicherheit immer größer geschrieben wird, doch wirklich eine absolute Alternative zu den üblichen Smartphone-Herstellern. Dankeschön. Ja, gerne. Super.